Jetzt Angie mit Battling Backlash. Dankeschön, ich wollte euch auf eine Veranstaltung hinweisen, mit diesem Flyer, den ich auch da hinten schon in den Ständer reingegeben und auf den Tisch aufgelegt habe. Da geht es um eine Veranstaltung, wo Anita Sarkeesian und Birgit Sauer diskutieren werden über feministische Strategien gegen Cybermobs und Antigenderismus. Anita Sarkeesian ist vielleicht manchem von euch ein Begriff, die hat vor einigen Jahren eine YouTube-Videoserie gemacht zum Thema Darstellung von Frauen in Videospielen und hat dann eine massive Gegenreaktion aus der misogynen Video-Community oder Teil-misogynen Video-Community bekommen, hat dann weitergemacht, hat es weiterhin veröffentlicht und ist weiterhin feministisch aktiv im Netz. Und sie wird gemeinsam mit der Birgit Sauer Politikwissenschaftlerin, die eine wirklich gute und umfassende Forschung gemacht hat zum Thema antifeministischer Backlash und Antigenderismus, wird sie diskutieren darüber, über ähnliche Themen wie das, was die Siegefeuer diskutiert hat und auch breiter gefasst gesellschaftliche antifeministische Strömungen und was man aus feministischer Perspektive dagegen tun kann, im Netz und außerhalb. Ah ja, klar, das Datum am 26. November, das ist ein Montag in zweieinhalb Wochen, um halb sieben im Eger in der Windmüllgasse. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.